wir sind im kapitel des sabr die geduld haben ein bisschen definiert wie man die geduld näher erklären kann und heute kommen wir wir haben auch die arten der geduld ein wenig aufgezählt gehabt heute machen wir weiter mit einem neuen punkt und zwar der behauptung dass die geduld dieser der sabr etwas ist dass der mensch ständig in seinem leben benötigt in jeder situation der mensch befindet sich grundsätzlich in zwei situationen in ein von zwei situationen und diese zwei situationen die erste situation wäre eben dass man dass man gerade etwas durchlebt dass deinen der natur deinen gelüsten deinen wünschen entspricht also kurz gefasst das nennen wir einfach mal es war dir geht es gut gut gehen oder dinge die den menschen entsprechen das ist genuss das ist gesundheit das ist dass man seine wünsche erfüllt bekommt eine familie hat ansehen hat anhänger hat all diese dinge gehören zu dem was wir als sarah nennen in dieser situation braucht der mensch gesund das aber wird wie gesagt viele von uns haben eine vorstellung über geduld das geduld nur mit unglück zu tun hat geduld brauchen wenn man von schicksalsschlägen getroffen wird von unheil getroffen wird das aber nicht der fall das ist nur ein kleiner bereich der geduld du brauchst auch in guten zeiten geduld in zeiten in denen es dir gut geht benötigst du eigentlich mehr geduld als in zeiten in denen es dir etwas schlechter geht warum braucht der mensch geduld in dieser situation damit er sich nicht vertieft und stürzt in die genüsse sich nicht sein ganzes leben nicht diesen dingen widmet und somit kostbare zeit verliert die deswegen sagte abdurrahmad ibn aluf radiyallahu ta'ala anhu das ist ein einer der sahaba der beide zeiten durchlebt hat die die sahaba durchlebt haben denn wie ihr wisst waren die anfangszeiten der sahaba nicht sehr rosig aber nach dem tod des propheten salam haben sich die zeiten angefangen zu ändern der luxus hat anstelle also der die armut ist dem luxus gewischen und die islamische das islamische territorium ist immer größer geworden abdurrahmad ibn aluf hat beide zeiten erlebt er hat zeiten erlebt in denen sie für ihre toten keinen käfern gefunden haben oder kleidungsstücke mit denen sie ihre toten nicht gänzlich bekleiden konnten wie er selbst berichtet von einem vorfall wo einer ihrer angehörigen gestorben ist wenn sie ihn bedeckt haben mit dem kaffern wenn sie seinen kopf bedeckt haben wurden seine füße entblößt wenn sie seine füße entblößt haben wurde der kopf bedeckt haben wurde der kopf entblößt er sagt wir wurden durch harte zeiten geprüft durch enge und bedrängnis geprüft und wir waren in der lage zu das mit geduld zu ertragen und wir wurden mit luxus mit prunk wurden wir geprüft vor allem das werden dies konnten wir aber nicht mehr ertragen und das ist tatsächlich so dass der mensch in der regel eigentlich standhaft sein kann in zeiten von bedrängnis und enge aber sich nicht mehr kontrollieren kann sobald seine hände ein bisschen wenn wenn die zügel in seinen händen ein bisschen gelockert werden da gibt es eine aussage von dostoevsky haben wir schon mal von dostoevsky gehört dostoevsky ist ein weltliteraten russischer literat als viele romane geschrieben also der gehört zu den gehören zu den weltromanen unter anderem hat er ein buch geschrieben in dem er folgendes sagt in dem buch aufzeichnung aus einem toten hause er sagt der mensch ist ein wesen dass sich an alles gewöhnt in diesem buch damit ihr versteht in welchem kontext er das sagt er spricht über die russischen straflager arbeitslager diese schweren arbeitslager in dem man eingekerkert wurde und zur für jahrelang eingesperrt wurde um die schwerste arbeit zu leisten in der zeit der kommunisten er sagt der mensch ist ein wesen dass sich an alles gewöhnt und ich glaube das ist die beste definition für ihn ein wesen dass sich an alles gewöhnen kann selbst wenn es und wenn und wenn es ungerechtigkeit ist der mensch gewöhnt sich auch an ungerechtigkeit also wenn er jahrelang darunter leben muss unter unterdrückung er gewöhnt sich irgendwann das wird für ihn alles ganz normal die seine seine emotionen werden irgendwann abgestumpft also aber in bezug auf die wohnen in bezug auf das glück in bezug auf reichtum ist es schwerer den menschen zu kontrollieren deswegen sagt auch das findest du nicht im koran in bezug auf armut oder in bezug auf bedrängnis findest du derartige aussagen nicht auch wenn davon die rede ist aber zum beispiel sagt allah ta'ala wo ihr die iman habt euer vermögen euer hab und gut und eure kinder sollen euch nicht von dem zikr allahs ablenken abhalten zikr und was heißt eigentlich zikr mal nebenbei zikr bedeutet nicht nur das verbale gedenken an allahs mit der zunge dass du sachen aussprichst vor dir hinsagst das ist nur ein teil des zikr zikr kommt und ist das gegenteil also was bedeutet das wort zikr in der arabischen sprache zikr bedeutet einfach dass etwas nicht zu vergessen etwas nicht zu vergessen das ist zikr deswegen sagst du welchen ich vergaß und dann erinnerte ich mich also die erinnerung und ich kann mit der zunge passieren das kann mit dem herzen passieren und das kann auch mit den taten passieren jedes gehorsam jede einheit an einhaltung einer pflicht ist das abhalten oder das sich entledigen von verbotenen dingen taten aussagen ist zikr also der zikr ist nicht nur das verbale aussprechen von gewissen floskeln oder derartiges auf jeden fall sagt hier allah ta'ala und ihr die eman habt euer hab und gut vermögen eure kinder sollen euch nicht dazu leiten den zikr allahs zu vergessen und dann danach sagt allah ta'ala und gibt von dem aus was wir euch beschert haben bevor den einen von euch der tod erreicht und er dann sagt und dann sagt einer von euch oder wird einer von euch sagen und mein herr würdest du mir doch noch ein wenig aufschub geben aufschub damit ich etwas von dem ausgebe was du mir beschert hast wo akum minas salihin von den frommen sein möge oder allah ta'ala sagt und wissen dass eure vermögen eure kinder nur eine fitner sind eine fitner ist es ist aber interessant zu wissen was der ursprung dieses wort es ist wir benutzen das immer im sinne der versuchung prüfung aber wenn wir verstehen was dieses wort eigentlich bedeutet verstehen wir auch den sinn und zweck dahinter ein fitner dieses dieses wort wird eigentlich ursprünglich für gold und derartiges verwendet man sagt hat das bedeutet wenn ich das gold eine hitzequelle aussetze um das gold vom schlag zu beseitigen schlag ist dieses zeug was halten um das gold herum ist der ganze müll wenn man den das gold ein dem feuer aussetzt verschmilzt das gold und löst sich von dem von dem gestein und von dem schmutz und so weiter ab das ist das wort el fitner und genau das sollen diese dinge bezwecken warum wird der mensch versuchungen ausgesetzt warum wird der mensch versuchung ausgesetzt sei dass er in seinem hab und gut oder mit den kindern oder was auch immer weil hier schlag von gold getrennt wird es wird schlag von gold getrennt es gibt menschen die sind gold und andere menschen die schlag sind deswegen sagt der prophet sallallahu sallam in namann nasu maadin die menschen sind maadin wissen was maadin sind maadin sind diese diese mineralien und diese nicht mineralien diese edelmetalle edelmetalle und derartiges gold silber das nennt man maadin er sagt die menschen sind wie die maadin darunter gibt es da findest du schlag da findest du reines gold da findest du manchmal vermengtes zeug so sind die menschen auch sagt auch an einer anderen stelle in namen als wager in bezug auf die zweite situation ich habe gesagt der mensch braucht die geduld aufgrund der diesen fakt dass er eben immer in zwei zwei situation durchlebt die situation eins haben wir gesagt und zwar wenn es ihm gut geht wenn er gerade in wohnen lebt wenn er hat was er benötigt und mehr er braucht der geduld geduld die ihn bremst das zweite wäre eben der das gegenteil situationen der situationen der not und ich meine mit not jetzt nicht nur dass die schlimmste form der not die wir uns vorstellen können ich meine mit der not allgemein alles situationen die für den menschen eben nicht akzeptabel sind die er nicht so hin nimmt und akzeptiert sei es nun eine form von krankheit sei es armut sei es sorgen kummer gram irgendwelche form der bedrängnis all dies eben situationen die den menschen nicht so ganz angenehm sind auch hier braucht er geduld und diese situationen die den menschen nicht ganz angenehm sind die wollen wir mal ein teil in 33 zweige noch mal nummer eins die der erste zweig das sind die gehorsamshandlungen gehorsamshandlungen warum sind die menschen nicht angenehm warum sind sie den menschen nicht angenehm weil der mensch von natur aus also instinktiv er geneigt ist dazu zur bequemlichkeit es geneigt zur bequemlichkeit und er hat auch ein widerwillen gegen ergebung und unterwerfung und gehorsamshandlungen dienerschaft beinhaltet eben das dienerschaft kann nämlich nur auf zwei beinen stehen gehorsam steht auf zwei beinen nummer eins aktives handeln das widerspricht dieser passivität bequemlichkeit und nummer zwei akzeptanz die ihn zu akzeptieren dass du ein unterworfenes wesen ist und dass du dich auch unterwirfst deswegen benötigt dass eine form von geduld standhaftigkeit das zu ertragen und die riva dat also diese anbetungen oder gehorsamshandlungen werden aus zwei gründen mit etwas widerwillen empfangen entweder wie gesagt aus aufgrund von faulheit wie es bei der gb weil es bei dem gebet ist bei dem gebet selbst oder bei der korrekten ausführung des gebets vollkommenen ausführung des gebets entweder also wegen der faulheit oder wegen geiz geiz also sämtliche ibadat die mit ausgaben zu tun haben die verbunden sind mit gewissen formen der ausgaben wie dieser k und manchmal vereinen sie beides wie der hajj beinhaltet nämlich aktivität und er beinhaltet ausgaben hier erwähnt er eine ganz interessante sache noch nebenbei in bezug auf die gehorsamshandlungen braucht man an drei stellen geduld an drei stellen wird geduld also der sabr benötigt vor der ibadah bevor man sie praktiziert geduld hinsichtlich der absicht hinsichtlich der niyaten der absichten der intentionen was du damit beabsichtigst das benötigt eine form von geduld deswegen sagte sahel ibn abdullah tustari eine bekannte person ein großer name in der gelehrsamkeit des islams er sagte es gibt nichts was dem menschen schwerer fällt als der glas in den absichten aufrichtigkeit in den absichten warum weil die der mensch keinen anteil daran hat das heißt das ihr wisst ja der mensch wird bewegt von grundsätzlich wird er bewegt von von interessen die handlung des menschen basieren meistens auf interessen also auf hoffnung oder auf furcht oder auf liebe und die liebe führt ein lieben hoffnung treffen sich irgendwo das heißt der mensch tut dinge um interessen zu verwirklichen oder er praktiziert dinge um sachen von sich abzuhalten die seinen interessen widersprechen sämtliche handlungen des menschen basieren irgendwo hier rauf aber in den wir reden von materiellen interessen weil der mensch ist ein bisschen materialistisch jeder mensch hat irgendwas materialistisches an sich warum ist der ich lassen so schwer weil du nichts davon hast also offensichtlich hat deine seele nichts davon wenn du ein aufrichtiges gebet praktiziert indem du nichts bezweckst außer die zufriedenheit allah taala die annäherung zu ihm du hast kein anderes ziel du möchtest damit weder ansehen erkennen noch möchtest du tadel von dir abhalten manche leute beten weil sie tadel abhalten wollen das heißt er lebt in einer gesellschaft und das siehst du bei auswanderern manchmal auswanderer ein weil sie in einem gesellschaftlichen unter einem gesellschaft gesellschaftlichen druck leben so halten sie sich an einen gewissen verhaltenskodex da gibt es einen verhaltenskodex ja an den behalten sie sich oder dinge die das gebet und das religiöse leben betreffen er macht es unter anderem weil er sich vor dem gesellschaftlichen tadel fürchtet und sobald er aus dieser aus diesem kreis raus ist siehst du wie sich wie sie wie ein schleier fällt was will ich damit sagen oder manchmal macht man es man man praktiziert gewisse dinge um ansehen zu bekommen um lob und anerkennung zu bekommen und wir haben vielleicht schon mal erwähnt dass der mensch genauso wie ein verlangen nach materiellen also nach fassbaren dingen hat sei es geld häuser autos hat er auch ein verlangen nach das auch materielle aspekten ich nenne es mal so auch wenn es nicht fassbar ist es ist etwas immaterielles aber ansehen ansehen anerkennen lob in der mitte in der mitte stehen zu wollen oder an der spitze des berges damit alle finger auf ihn zeigen so einem verlangen ist auch irgendwo immer da im menschen aber bei manchen menschen kommt es nicht so zum vordergrund weil sie von anfang an ihre unfähigkeit erkennen sie merken also es gibt keine wege dahin dann lässt man es sein er sagte das schwierigste in der dunia die schwierigste handlung in der dunia ist der glas und wie oft streng ich mich an den ria aus meinem herzen fallen zu lassen aber er wächst immer wieder irgendwo nach der ja diese augendienerei die dem ich lasse widerspricht das ist die erste geduld die er braucht vor der ibad in bezug auf die absichten weil die absicht ist ausschlaggebend für die absichten sind ausschlaggebend für das ausmaß deiner tat für die legitimität deiner tat und für ihre korrektheit deswegen sagte der prophet sallallahu salam in diesem bekannten hadith in namal a'malu bin niyad die absichten die taten sind bemessen nach ihren absichten sind bemessen nach ihren absichten die zweite geduld die er benötigt ist während der ibad während er die gehorsamstat praktiziert und zwar dass er während der praxis während der ausführung der tat nicht das eigentliche ziel vor aus den augen aus den augen lässt und das ist auch ein problem das leider realität ist dass viele handlungen der ibadah reine angewohnheiten sind weißt du wenn du eine angewohnheit hast gewohnheiten manchmal also man verwechselt hier zwei dinge manchmal nennen wir das eine mal gewohnheit und das andere nennen wir ein gewisses bewusstsein ein bewusstseinsempfinden in bezug auf die ibadah manchmal ist es so du hast eine gewohnheit du praktiziert etwas schon seit längerer zeit und wenn es mal fehlt wenn es mal ausfällt hast du das gefühl dass etwas fehlt dass die etwas fehlt oft ist es so dass die ibadah ebenfalls bei den menschen zu so etwas werden also es sind nur noch so es sind hüllen denen die seele eigentlich fehlt so dass wie ein körper ohne seele und deswegen die zweite form der geduld ist dass man daran arbeitet dass die ibadah nicht zu so etwas werden dass sie nicht so bloßen gewohnheitshandlungen werden in denen eigentlich denen eigentlich der geist fehlt und das drückt er hier so aus er sagt dass er während der ibadah nicht der rafla verfällt und die rafla haben wir schon mal definiert in vergangenen unterrichten das dritte die dritte form der geduld in bezug auf die ibadah nach der handlung wenn sie abgeschlossen ist wenn die ibadah abgeschlossen ist und zwar die geduld darin diese tat nicht zu verbreiten also nicht darüber zu sprechen oder sie öffentlich darzustellen darüber zu reden andere zu informieren über seine handlungen denn all dies verringert oder lässt die tat zunichte gehen wie allah ta'ala sagt in bezug auf die sadaqat und lässt eure sadaqat nicht zunichte gehen durch was durch vorhaltung vorhaltung was heißt vorhaltung ja nie du hast sadaqat jemanden irgendwie geholfen oder eine sadaqat an ihn ausgerichtet oder die zakah oder sonst was und du erinnerst ihn immer wieder daran weißt du noch wo ich dir das und das gegeben habe oder dir hier und da geholfen habe damit macht man sich seine eigene tat zunichte das ist das erste lasst eure sadaqat nicht zunichte gehen zugrunde gehen durch die vorhaltung wie vergleicht allah ta'ala dieses handeln er sagt wie jener der sein vermögen nur aus augendienerei ausgibt also er stellt das mit der augendienerei gleich und der punkt in dem sie sich treffen ist hier dass in beiden fällen die tat zunichte geht und zugrunde geht das ist die erste form der geduld die wir hierzu erwähnt haben die zweite die zweite form der geduld geduld hinsichtlich der sünden sich ihnen zu enthalten sich ihnen zu enthalten erfordert nämlich auch eine form der geduld besonders derartige sünden die vom innersten der seele des menschen gefordert werden oder von seinen trieben gefordert werden diese sünden benötigen meistens mehr geduld als die ich nenne sie mal die unnormalen sind abnormalen sünden abnormale sünden damit meine ich jene sünden die in bei einem normalen menschen die nicht aus seinem inneren hervorquellen da muss mir irgendwas bei ihm nicht stimmen dass er ein verlangen danach hat aber es gibt sünden die das verlangen danach ist in jedem menschen verankert irgendwo und dieses verlangen muss man überwältigen und das erfordert geduld und jedes mal wenn das begehen der sünde leichter ist umso leichter das begehen der sünde ist umso mehr geduld wird da benötigt es gibt ein körperglied den menschen dass sehr schnell sünden begehen kann ohne irgendein hindernis beispielsweise die zunge der zunge kann man unmengen von fehltritten begehen unmengen von schaden anstellen einer der sprachwissenschaftler ich glaube über junus war das wisst ihr das wort das wort wort im arabischen heißt kalima kalima heißt wort er sagte das wort wurde nur wort genannt also das hat mit der ableitung dieses begriffes zu tun er sagt das kommt aus dem begriff kallmann kall er hat vielleicht auch eine gemeinsamkeit kallima kall beide haben die buchstaben kallami kallami was bedeutet denn kallen kallen heißt verletzen verletzungen verletzungen verursachen er sagt die wörter wurden nur wörter genannt weil sie verletzungen verursachen können und der prophet sagt er sagte der mensch oder der diener allah sagt manchmal ein wort sagt wörter denen er keinen denen er keine keine achtung bei misst also sind was ganz kleines für ihn ja wie er fällt wegen ihr wegen dieser worte tiefer als die entfernung zwischen westen und osten jedes mal wenn die sünde leichter zu begehen ist wird auch mehr geduld gefordert dann gibt es die dritte art der geduld und zwar hinsichtlich von dingen die zu denen der mensch die nicht vom mensch kontrollierbar sind oder die nicht durch ihn verursacht werden dazu gehören dann eben die schicksalsschläge das unheil dass die menschen trifft darüber ist nämlich keine kontrolle oder meistens keine kontrolle und hier wird auch geduld erfordert wie zum beispiel das versterben von angehörigen oder das verlieren von vermögen das erblinden das verlieren der gesundheit und derartiges all dies benötigt auch geduld und die geduld in diesen dingen ist ein beweis für überzeugung für die überzeugung überzeugung weil der prophet sagt das unterscheidet auch einen moment von einem nicht mu'min ein also wir reden schon von einem moment der das auch durchlebt und über diese überzeugung sich trägt der prophet sagt denn im hadith nach park bei mir kunst leo sieben um als arbeit bei mir kunden das was dich getroffen hat könnte dir nicht entgehen das könnte nicht an dir vorbeigehen und was an dir vorbeigegangen ist das könnte sich nicht treffen also das heißt der moment nimmt das mit einer gewissen gleichgültigkeit auf und bleibt dadurch auch standhafter weil das in den in einer anderen nationen denen diese überzeugung fehlt dann durchleben sie das ein bisschen anders depressionen von depressionen heimgesucht von verzweiflung bei kleinsten sachen bei kleinsten schäden bei kleinsten unheilsformen fallen sie zusammen wenn allah ein menschen begünstigen will macht er macht er es indem er ihm eine härte auferlegt dazu gehört es auch zu dieser kategorie gehört es auch geduldsam die äußerungen der menschen zu ertragen ihr verhalten dir gegenüber zu ertragen mit geduld was das bedeutet was bedeutet das geduldig zu sein im umgang mit den menschen dass man nicht immer dass man nicht immer darauf ausgelegt ist auf wiedervergeltung dass man nicht nach dem prinzip lebt der wiedervergeltung so wie du mir so ich hier deswegen sagt allah taala das ist ein ganz interessanter punkte besonders für jemanden der in der dauer beschäftigt ist der mit dem menschen diskutiert mit ihnen spricht als luqman zu seinem sohn sagt er sagte ja meine sohn verrichte das gebet war morbel maruf von hahnem munker und gebiete das gute an gebiete das den menschen das gute an und verbiete ihnen das schlechte und das ist das schlimmste für einen menschen was du machen kannst warum also für dein gegenüber wenn er nicht besonnen ist wenn er nicht besonnen ist dann ist das für ihn das schlimmste was du machen kannst dass du ihm sagst was er zu tun hatten was er nicht tun soll denn du 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 kreuzt seinen weg du kreuzt seinen weg er möchte etwas machen du hinderst ihn er möchte etwas nicht machen du drängst ihn dazu es zu tun also drängen im sinne dass ihm das auferlegt das ist nicht akzeptabel für die meisten menschen und das hat dann folgen beschimpfungen beleidigungen kränkungen und der artig deswegen sagte danach also ganz ration und ganz logische folge nachdem er ihm das anbefohlen hat er sagt er was und sei geduldig haare geduldig aus hinsichtlich dem was dich trifft infolge von dem auch ein ganz interessanter vers eine andere stelle in der allah ta'ala sagt inna nahnu nazzalna alayka al quraana tanzila wir haben dir den koran offenbart also allah ta'ala erinnert den propheten sallallahu sallam an eine gnade die er ihm erwiesen hat wir haben dir den koran offenbart der vers ist noch nicht zu ende was könnte jetzt könnte man sich denken hier wird eine gnade erwähnt also wird der nächste vers sein oder die vervollständigung des vers ist also sei dankbar oder bedanke dich aber das ist nicht der fall allah ta'ala sagte was ganz anderes er sagt fast wird wir haben dir den koran offenbart vervollständigen des vers ist also sei geduldig weil der koran der umgang und die umsetzung des korans die umsetzung des korans ins ins reelle leben der aufruf der menschen zur umsetzung des korans all das erfordert geduld vom menschen was würden wir haben also sei geduldig in ertrage mit geduld die urteile deines herrn abgesehen davon gibt es einige hadith in bezug auf die vorzüglichkeit der geduld unter anderem der bekannte hadith in dem der prophet sallallahu sallam sagte es gibt kein unglück dass den muslims trifft außer dass allah ta'ala durch dieses unglück sein sind und in einer längeren version dieses hadith sagt der prophet sallallahu sallallahu sallam den muslim trifft kein unheil dann nennt er einige formen des unheils wenn wasser oder nasab wasser bis krankheit nasab erschöpfung haben sorgen hasern trauer kram kränkung 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 durch andere menschen sogar er sagt sei es auch nur der dorn einer pflanze der ihn trifft illa kaffarallahu biha min khataya außer dass allah ta'ala durch diese sorgen durch diese kränkung durch dieses unheil dass ihn trifft seine sünden tilgt da gibt es eine bestimmte das thema mit dem unheil hat ist ein komplexes thema in der theologie das nennt sich die frage der die die theodotie frage oder so theodotie die frage nach dem unheil warum es das unheil gibt ich glaube man nennt es in der theologie theodotie oder dootie frage weiß nicht mehr ganz genau in einem anderen hadith sagt der prophet sallallahu salam la yazalul bala'u bilmu'min ou bilmu'mina fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqa allah wa ma'alihi min khataya das unheil verfolgt den mu'min oder die mu'mina in seinem karpah in seinem vermögen in seinen kindern bis er so lange dass er auf trifft und keine sünde an sich trägt und an dies von sali nur kass wurde der prophet was immer gefragt oder er sei er fragte ihn er sagte welche menschen werden am meisten heimgesucht vom bala vom unheil sagte land wir auf salihun die anbiya die propheten und dann die frommen unter seiner umma dann sagt er von am salu wala amsel und danach sagt er jub tala rajul wa ala hasa bidini der mensch wird entsprechend seiner festigkeit im dien geprüft wenn er im dien standhaft und fest ist wird seine prüfung jani schwieriger gemacht ist der schwach wird sie gelindert das sind einige texte in bezug auf die vorzüglichkeit des sauber danach geht es mit einem neuen abschnitt weiter die adab des sauber also wie wir sind was wie benimmt man sich in der geduld oder was heißt es welches benehmen sollte man sich als als ein mensch mit geduld aneignen benehmensformen sind immer die dinge die eine tat ein auftreten eine aussage schöner machen das machen wir aber ein charler das nächste mal wenn man haben wir angefangen von schluss war die da waren ein dollar